Bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Deathrun Map, äh, was steht hier? The Rabbit Deathrun 450 Level. Es wurde wieder eingepriesen, es gibt Battle Pass XP. Und da bin ich gespannt. Bei 450 Level müsste sich das tatsächlich rendieren. Allerdings, hier unten steht's, Save, XP, No Skip Level, Just Fun and Play. Okay, also das hier ist Hauptaugenmerkmal, ob's wirklich XP gibt. Wenn nicht, dann ist es wieder ein Creator, der einfach nur Spiele unlocken will mit dieser Aussage. Davon hatten wir ja jetzt schon die ein oder andere Map. Und sowas find ich einfach nur scheiße. Darauf, erst mal einen Schluck Kaffee. Wen stört, schaltet bitte weg. Ich lasse mir von euch nicht die Flüssigkeit zuvor verbieten. In meinen Streams trinke ich ja genauso Kaffee, Cola, Saft, whatever. Ja. So, na dann, stellen wir die Verbindung her. Bei 450 Level, selbst wenn's nur 16 XP pro Level sind, boah, es rendiert sich dann auf jeden Fall. So, die Lobby der Maps sieht... Boah, muss ich hier reinspringen? When you see a carrot play, ist super Level, okay. Hm, Spiel starten ohne lang zu schnacken. So, ich schief mit Lefrance, super Level, okay. Hey, ich hab nur 60 Minuten Zeit, warte mal was. Wo ist denn jetzt hier los? Okay. Das ist jetzt noch keine XP. Okay. Ähm, okay. Creepy, der Aufbau. Aber das ist schon mal nice gemacht, so. So, der hat gesagt, wir sollen eine Karotte finden, ja? Mach mal. Hä, okay, was ist denn das? Hä? Muss man da nicht schwer? Bei 13 Level sind wir, super Level Mega XP, dazu müssen wir 15 Sachen finden. Ich hab nicht mal eins. Aber, okay. Sorry, wenn ich mich hier so krank umgucke, aber... Ich würd halt doch gern mal so ein Secret finden, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob die hier unten versteckt sind, wo man sterben kann. Nein, nicht so weit. Oh, ich hab's geschafft. Warte mal, kann man sprinten? Ja, man kann sprinten, okay. Oha, okay, das war gut gemacht. Warte mal. Da oben war jetzt aber keine Karotte, oder? Nein! Ähm. So darf man nicht spielen. Ihr habt's gesehen. So, hier sollte man spielen. Hahaha. Was cool wäre, wenn man hier durchfallen könnte. Das wär geil. Das wär echt geil. Also... Boah. Oha, es gibt doch XP. Okay, ich habe dann dazu nichts gesagt. Ernehm ich alles zurück. Es ist nicht viel, aber immerhin. Das ist ja jetzt nix. Hier ist ne Karotte. Ich will da rüber. Da ist ne fette Münze. Oha, da gab's nochmal schön XP. Okay, ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt wirklich so übertrieben habe mit dem, ähm... Es gibt keine XP, es ist so ein Creator. Ähm... Nehme ich da tatsächlich alles zurück, was ich gesagt habe. Es gibt ordentlich XP. Also... Boah. Ja, hier möchte ich nicht gerade springen. Ich muss da hoch, okay. Hier oben gibt's nix. Alles klar. Hier oben gibt's auch nix. Alles klar. Okay, aber wirklich, wenn man hier durchfallen könnte, das wär's noch. Also da muss ich sagen, lieber Creator, mach, dass man da durchfallen kann. Verändere die Map noch ein bisschen. Und das hätte länger sein können tatsächlich. Also... Dies mies, die Falle. Aber geil. Ähm... Ja, verändert die Map noch ein bisschen. Das ist zu einfach. Und das hier ist sinnlos. Man kann drüber rennen, man kann durchkrabbeln, wie man will. Ähm... Da sollte man nicht drüber klettern. Hä, aber... Was sind das da für Pfeile? Ja. Oha. 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 Alter, das war mies. Oha. Gab wieder XP. Schön, 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 schön. Das freut das kleine Aiki-Herz. Ihr wisst ja, ich spiele sehr gerne solche Maps, wo es XP gibt. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich solche Maps wohl mit Facecam spielen soll. Ich habe damit kein Problem, mein Gesicht zu zeigen. Man sieht es auf TikTok, auf Instagram. Was? Danger? Hä? Warum? Ähm... Man sieht es auf Instagram, man sieht es auf Facebook. Man sieht es eigentlich überall. Selbst bei Twitch sieht man mein Gesicht regelmäßig. Und auf YouTube existieren auch schon Videos. Ähm... Da hätte man aber auch rüberklettern können. Ich kletter da jetzt drüber. So. Das ist jetzt viel zu einfach. Da kann man rüberrennen. Und das ist auch viel zu einfach. Einfach am Rand runterrutschen. Nee, das muss ein bisschen schwieriger werden. So. Wuch. Okay, warte mal. Das hier. Und XP. Ha! Habt ihr gesehen, wie man es macht? 5000! okay ich feiere diese map die kann ich nur jedem weiterempfehlen wer bock hat solche maps zu spielen spielt sie ihr seht xp für den battle pass chillig einmal 2000 einmal 5000 dann gibt es zwischendrin noch xp also diese map wird tatsächlich von mir mit gut bewertet nicht zu schwer nicht so einfach wobei einige level tatsächlich schwerer sein könnte hier gab es wieder 3000 ok ich werde zu der map ich kann die map einfach nur loben top eine meiner lieblings maps ja das wusste ich das war aber auch nein was moment was denn das ach du scheiße nochmal wird es jetzt hier immer schwerer natürlich geil und es gibt tatsächlich immer wieder ein checkpoint die warum steht hier abc defg okay das war mal richtig geil das war tatsächlich mal richtig geil das ist jetzt wieder einfach so wir sind bei level 104 und ihr seht es gibt wirklich regelmäßig immer ein checkpoint das ist voll geil hat man auch nicht auf jeder map tatsächlich hoch war das so geplant kriege ich hin nein ich bin gestoppt noch mal hab die xp 6000 alles klar also diese map lohnt sich auf alle fälle so hier bin ich mir nicht ganz sicher da könnten sogar in der decke noch welche versteckt sein danger dance under the ee was okay das ist mies aber es steht ja da tanze unter dem ee ach mensch englisch neu ist nicht deine stärke okay das ist wieder mies aber geil nächstes level oh nein oh nein nein aber jetzt nein was machst du immer auf ich weiß zu deiner zeit gab es keine schlittschuhe aber wir schaffen es wir haben die xp wieder 5000 schön und die kappen level ab dadurch bekommen danke dafür bin ich aktuell im season pass level 150 ich kann mir gut vorstellen hinter den schrägen ist irgendwo eine versteckte falle oder ums eck okay okay das merke ich mir so ey kann man hier rein nö schade ich hab sie gesehen boah das war jetzt aber auch ein bisschen gemein würde ich sagen äh und das boah 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 wie gemein war das denn boah 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 hat er immer mit denn was in den weg okay mit was in den weg ihr habt bitte nichts gesehen voll mit dem arsch drauf gelandet ist das geil mal gucken wie ich das ja am besten in kriege hab's geschafft okay wenn die dinger sich umklappen würden das wäre auch geil dass sie so nach drei sekunden sich umklappen wo das erste was ich richtig sprinten musste hier nein 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 soweit hallo was war das ich hab's einfach überlebt gott mode ist aktiviert oh ich habe eine möhre gesehen oh ja ich muss durch ich verstehe machen wir das halt so wieder 5000 ep nice warte mal so was hat man doch erst schaffe ich das vielleicht mit sprint ne jo nice nice und noch mal 3000 ep chillig so kann man den season pass auch durchspielen ich weiß irgendwie immer dass dort gefallen sind das ist so ein richtiges lieblingsversteck für äh map creator die einfach mal so dort die falle verstecken soo soo dance under the deal ganze auch oha auch alles klar ehhh hier hoch warte mal was ist das hier hue 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 i hue hue ich bin tot Das ist geil, aber wieder mies. Muss ich denn dahin plumpsen? Da hin. Cool. Gab zwei Löcher. Hört sich falsch an, aber egal. So bin ich, so bleibe ich, so lebe ich. Bei mir hört sich sowieso gefühlt alles falsch an. Aber das ist mir egal. Ich habe ein geistiges Alter erreicht, wo ich mir so denke. Okay. Bitte nicht diese Dinger versuchen zu erwischen. Weil tot. Wieder 5000 EP erhalten. Nice. Alter, wie viel EP ich bis jetzt bekommen habe. Das ist voll chillig für die Map. Aha. Nein, so nicht. Also... Creator ist... Der hat es troffen mit den, äh, XP-Verteilen. Okay, so Sprünge nach unten sind auch immer wieder geil. Das hat man auch sehr selten bei irgendwelchen Jump-and-Run-Maps. Oh. Und nochmal ein paar tausend EP. Nice. Okay, dance. Ne, ins Loch, ins Loch. Uh, ich habe es geschafft mit dem Loch. Okay, das ist wieder richtig mies, aber genial. Das ist auch mies. Mitten beim Hochziehen. Uh, ja. Genau, Emoa, so macht man das. Oh, ah. Oh Gott, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ah. 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 Okay. Nein. 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 aber jetzt wieder 5000 nice ich muss jetzt mal ganz stark überlegen wie viele waren noch mal angegeben 450 hier machst du ja aber locker ein level up nochmal ein zweites level up keine ahnung wie es bei euch aussieht wie viele level ups ihr hier macht und ich habe schon den extremen xp boost an momentchen mal ich krieg den speed shit und da ist ein zweifeld dings ok moment geschafft gehts das war Nein. Why? Oh. Oh. Ich habe es geschafft. 194. Ich glaube, bei 200 mache ich da erstmal ganz kurz einen Cut rein. Denn ich muss aufs Klo. Mir egal, was ihr davon haltet oder denkt, ich muss aufs Klo, dann sage ich das auch. Weil das braucht der Körper. Ähm, was war das? Nein. Nein. Hör mal auf. Was macht denn der? Aber da oben gibt es keine Fallen oder so. Nee, gut. Alter, bei uns sind die ein in die Höhe. Jo, wieder 5000. So, ich mache jetzt hier mal einen ganz kurzen Cut. Oh, da bin ich zurück. Und ja. Weiter geht's, würde ich sagen. Hallo, löst ihr euch mal aus? Danke. Ui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Level 203. Eieieieieiei. Warte mal. Ne, da unten waren wir noch nicht. Alter, ist das abwechslungsreich. Okay. Oh. Ha, ha, ausgetrickst. Das sind die beliebtesten Verstecke für Pfeilen. Warum falle ich immer wieder drauf rein? Mensch, 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 Eik. Aber schön, dass es hier wirklich überall einen Checkpoint gibt. Wir könnten jetzt tatsächlich abkürzen und da runter springen. Aber will ich das? Ich glaube nicht. Okay, ich kriege wieder Speed. Okay, hier einmal falsch gesprungen und das war's. Aha. Oh, Mann, ey. Ich weiß, dass um die Ecken immer fall sind. Warum renne ich immer wieder rein? Mensch. Oh, Mann. Oh, das war knapp. Die Ecken war echt knapp, muss ich sagen. Nein! Alter! Oh, Mann, das hier. So. Hier einmal bis runter. Yo, einmal bis ganz runter. Okay. Ah, hier sind wir zwei Bonuslevel? Ach, nee. Ach, nee. Man kommt da wieder. Ah, ich verstehe. Ähm. Ähm. Hab's geschafft. Ach, damit man, ah, damit man da nicht abkürzt. Interessant. Ähm. Hier geht's weiter? Oh, wow. Oh, nein. Schaffen wir das? Wir schaffen's natürlich nicht. Okay. Machen wir das einmal so. Einmal so. Und nicht so. Aber so. Und da haben wir jetzt zweimal über 5000 EP erhalten. Nein. Man sollte nicht... Äh, ja, doch. Spring schon, aber... Im richtigen Moment und nicht schief. Ja, man sollte springen. Was war das? Okay. Was ist das? Was macht denn die? Hä? Sie macht einfach nur Farbe? Hä? Für was? Okay. Jetzt hab ich ne Bombe... Äh... Äh... Farbwerfer. Ähm... Okay. Machen wir so. Oh. Ja, so nicht. Okay. Ich hab's geschafft. So. Wee. Bonuslevel gab's ja kein Slime. Okay. 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 Pop, 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 pop. Na, komm. Ach dance Bounce Okay Okay Das war noch echt chillig Das ist wieder gemein Ihr habt nichts gesehen So Nein Aber Wenn alles gut läuft Wir machen hier noch ein Level Up Ui Ui Okay Okay Nein Das ist Version 15 Sehe ich gerade oben am Bildschirmrand Das waren dann bitteschön die anderen vier Versionen Ich sag also hier in der Mitte durchfallen wäre echt geil irgendwie Ui Ui Oh Ein bisschen abgekürzt hier Das ist gemein Das ist auch gemein Aber machbar Okay Okay Wenn man jetzt hier noch diesen Slide Boost hätte Boah Das wäre böse Das war gemein Da müsste ein Ei sein Hier ist ein Bonus Level Okay Ey ganz ehrlich Momentchen mal Die nervt Die nervt Keine Ahnung warum ich die immer noch mit mir umtrage 6.000 EP Tatsächlich Nice War mir irgendwie klar dass dort so ein Jump Pad ist Das war mir irgendwie klar Das war mir irgendwie klar Ui Oh nein Ich muss wieder Sliden Aber okay Hier geht es tatsächlich Natürlich noch Ich habe nichts gesagt Nein Zu früh abgesprungen Nein 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 Nonononononononono Oee Boah, das ist gemein. Ich finde es halt immer noch klasse, wie viele Checkpoints es hier gibt. Hat man nicht auf jeder Map so. Ah, hier. Cool. So. 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 also die map ist echt klasse muss ich sagen die kann ich echt nur weiter empfehlen oh 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 ich spring drauf oh ich hab's ausgetrickst nice nein und ich bin wieder drauf gesprungen alter leck me fett ich hab die nicht berührt ähm hier lang so hier ok wäre jetzt da noch eine falle gewesen boah das wär gemein hä wo denn jetzt hey das ist aber echt gemein hier hätte ich doch hoch springen können bestimmt klatsch oh jetzt nesle so ähm hä warum hab ich A gedrückt ich hab das nicht berührt ich hab das nicht berührt aber 50 kilometer abstand dazwischen irgendwie jeder creator hat es mit diesen pfeilen um die ecke oh 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 bonus level boah 5900 jahr ich hab's geschafft alter das ist mies man muss ja halt echt aufpassen dass keine falle um die ecke versteckt ist bei solchen springen oh oh oder dass sowas versteckt ist einfach mal oh oh man ok auf ein neues h вд 100 nie x5 wild abstand dazwischen nein nein das nehm ich so nicht hin oh Nein! 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 So. Aha. Hammer ist ja fast durch hier. Ähm, was war das? Bin ich da hingeblieben? Hä? Jetzt springe ich ja noch vorbei. Alter, was war das grad für ein... Hä? Warum leckt denn das auf einmal? Was war das denn? Okay. 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 Ähm, Schuhe? Ah, ihr seid weg. Die Schüschen sind wieder weg. Und Bonus Level. Aha, 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 aha. Hab's geschafft. Wieder 5800 EP. Und wieder Level Up. 2 Level Up auf dieser Map. In dieser Map. Hallo? Heike? Deutsche Sprache? Hä? 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 W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Och keine Falle, gut. Äh mh, ja mh mh ähhhhhhhhhhhhhhhh! Hא? Ich war nicht dran! Oh Moment Jetzt Ok Nein, nicht in die Mitte Macht mir das bitte nicht da, meine Kinder Man kann nämlich abkürzen Ich hätte sprinten sollen Ungefähr so Oder so Geht das hoch Ok, hier bin ich wieder langsam Das macht es dann für so noch nicht gut Du kriegst trotzdem hin Ok Ah, ich verstehe So Haha Ja Lass mich mal das Bonuslevel machen He he, ausgetrickst So Sehr schön, sehr schön Nein Warum springt denn der nicht Oh, das sehe ich gerade Wir haben schon 14 von 15 Mega XP Dingern Cool Nice, nice 25 Level Dann gibt es auch wieder XP Schön, schön Ich habe immer Angst Dass das hier dahinter ne Falle ist Aha ok 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 ja ja ist machbar alles ja das auch so nicht liebe kinder wenn man kann direkt überspringen was sind das hier oben hier kommt man einfach so hoch was mich allerdings sehr freut an dieser map ist tatsächlich keine fallen an der decke das sind die schlimmsten ever fallen an der decke sind echt die schlimmsten wenn man da nie richtig einschätzen kann wann die auslösen soo soo ho level 401 da haben wir wieder 30 level geschafft gehabt deswegen gab es xp nice nice oh man wenn ich das schon wieder sehr soo eichen haben wir eingesammelt wie gemein was ist das denn ja ja komm alter nein zieh nicht hoch ich wollte eigentlich versuchen dass ich das hier in einem rutsch komplett schaffe aber lieber nicht also ich muss ehrlich sagen hier bin ich gestorben ne äh quark mit soße ich muss ehrlich sagen den creator den werde ich nachher unterstützen weil die map ist geil das ist richtig fies das ist richtig fies das ist richtig fies ey da war das fies oder fies wenn die hier zu einspringen dann pas mal zeit Aber es fehlt noch ein Karotten-Level Wow, okay Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Wo ist das Karotten-Level? Oh, okay Da haben wir es Wartet mal, ist doch ein Checkpoint Oha, geschafft Oha, geschafft Nein Scheiße Von vorne Wir holen jetzt noch ein paar Holen jetzt noch ein paar So macht man es nicht Gib mir mal ein paar mehr hier Komm Da So macht man es auf jeden Fall nicht Wie habe ich das denn gerade gemacht? So 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 Nein Nein, 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 nein Der zieht sich nicht hoch Ich will ja machen das Level jetzt, solange ich es geschafft habe. Kurz vor Ende, kurz vor Ende. Da brauche ich gar keine Bounce-Kugeln, um ehrlich zu sein. Der zieht sich nicht hoch. Fällt mir gerade ein, ich brauche da gar keine Bounce-Kugeln. Und wenn dann erst am Ende. Wenn überhaupt. 5600. Nice. Nö. Du musst, äh, nein. Hm, hm. Hm, hm. Ja. Hm, hm. Man darf nicht hängen bleiben. Alter, das ist eins der längsten Map-Videos. Trotz Cut. Und wir haben noch 17 Level vor uns. Ähm, hä? Ah, okay. Cool. Alter. Hallo, 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 hallo. 26.000 gab's nochmal. Wir sind durch. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir sind durch. Der von abgeschlossen, super Levels, alle abgeschlossen. Und ich habe ja gesagt, ich unterstütze diesen Creator, denn ich feiere die Map. Und, ja. Wenn ihr Maps für mich habt, schreibt die Map kurz in die Videokommentare. Wenn euch die, äh, Map gefallen hat und ihr weiter solche Maps sehen wollt, zeig's mir mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest-Tag. Und dann, ja. Rockstar dance until I drop. My life is as hard if I hope is the club. Must exist to dance, go party never stops.